so liebe leute jetzt kommt noch der multispieler modus der multispieler modus kommt jetzt noch wo ich mich mal so schön aufrege so auf geht's machen wir wir machen das rennen da hilft kein heut und kein flennen wir machen jetzt das rennen wenn der sound abkackt ihr da liebe leute dann lasse ich jetzt sein ich habe mich da keinen bock mich heute darüber aufzuregen mit dem komischen auto hier mit flügeln wenn er jetzt dauernd abkacken wie er sollte dann werde ich das so machen ok es ist ein team battle dass ich nur die gewinne aufnehme sonst läuft das handy mir wieder so heiß wenn ich ihn noch aufnehme das glaubt ihr gar nicht das läuft so heiß du da wahnsinn deswegen versuche ich jetzt hier nur komm schon hier komisches viecher ja da lacht das herz du das berührt ja gut dann nehme ich nur die gewinne auf sorry aber das mache ich jetzt nicht mit mit dem goldenen bomber kein sieg so oh jetzt geht der richtig ab hier du so zweiter sieg mit könig buhu dem goldenen irgendwann rastig total aus da dauert die männer genau so boah alter haben die mich in der letzten sekunde noch überholt ey leg mich am arsch egal jetzt noch zwei siege ich habe es geschafft mit meinen gänseblümchen ich habe es geschafft mit meinen gänseblümchen aber mindestens platz drei erreicht lang lebe der könig könig mario lang lebe der könig lang lebe der könig so jetzt muss ich noch zehn zehn battle gewinnen zehn rennen machen meine güte geschafft ich werde verrückt die rose hat ein telefon und ich habe ihre nummer schon so ich will keine schokolade ich will lieber eine prinzessin so geschafft peachy peachy jetzt muss ich auch alles haben jetzt müssen wir alles haben wir kommen mal hier zurück verlassen wir dann das glück mal gucken ich will keine schokolade mal gucken ob das alles sind yo baby alles alles baby gib mir alles gib mir alles oh das gibt viel du da lacht das herz das gibt viel du da lacht das herz ich rieche nicht mit Schokolade so wird das auch erledigt das heißt wir haben alle multiplayer vier dinger durch und das gibt fünf wunderschöne rubine oh meine güte ich glücklich da vorne ok ja ja wir haben es geschafft ein fahrzeugticket da muss ich nochmal gucken im shop und ein fahrzeugticket und ein gleiter ok da kaufen wir das fahrzeug so jetzt werde ich noch meinen wunderschönen goldenen lachenden gürbis aufbauen gürbis aufbauen gürbis aufbauen ja da war doch irgendwas da war doch irgendwas diese röhren da da war doch irgendwas guck mal hier was ist das denn hier spiele im mehrspieler modus um die röhre zunieten zu können da steht da 10 mal und da steht doch 22 röhren verstehe ich jetzt nicht genau egal mal noch mal zünden oh wuhuhu ich will keine Schokolade oh ok fahrzeugticket oh noch ein trockenballon puh das ist neu sternticket Fahrzeugpunkte Stern Stern Ticket Lairie Scherzen Hopspiele Brubine Tausendmünzen Cool noch mal Da haben sie halt dafür die 10 Röhren gelassen. Oh nicht schlecht. Oh yeah! Gokokatz. Jawoll. Jushi Ballon. Ich will aber einen Daisy Ballon haben. Gidikon Ballon. So einmal können wir noch. So, wir mal gucken. Yoshi! 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 Yoshi!